Momentchen mal... War gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Elfenbein. Haha. So, und von da kamen wir. Genau. So. Okay, jetzt können wir da weiter. Alter Schwede, ey. Also, ich finde die Wüste, finde ich, bisschen schlimmer als... Oh! Nö, komm, das Problem mache ich jetzt nicht. Als, äh, sei schnell. Das Schloss, ey. Okay, okay. Ne, wir sind jetzt woanders. Oh, Kiste. Immer her damit. Halbmond-Horn. Okay. Au, 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 au. Oh Gott. Schon wieder zwei Wege. Ja, okay, dann erstmal in die Höhle rein. What the fuck? Was bist du denn? Okay. Was bist du denn? Sieht aus wie ein Ei oder so. Aber anscheinend können wir da noch nichts machen. Oh, das vier, ja. Und hier sind Schlanküken-Romas. Loll. Achso, ein weiterer... Oh Gott, ey. Orca. Also, sprich, Elektra. Du hattest... Äh, Quatsch. Du hast... Du hast mich gerettet. Ein Schlankküken hat mich angegriffen und... in... und in Stein verwandelt. Ein Luftikus wie mich. Einfach in einen Steinblock verwandelt. Du bist mein Ritter. Ich muss dir danken. Ich werde geschwind mit dir kommen. Joa. Vielen Dank. Du wirst in Windeseile stolz auf mich sein. Du wirst schon sehr... Irgendwie sagt der Diefwörter, wo halt ein S vorhanden kommt. So lang. Fantastisch. Der Windgeist Orca schließt sich dir an. Super. Und da ist auch eine Hülle erschienen. Erstmal die Axt. Aua. Was kann... Elektra oder... wie er hier heißt, Orca? Okay. Aua. Hallo, darf ich auch mal zaubern? Alter. Wow. Ja, super. Oh. Und wieder eine Pfanne? Als Strafe? Ja. Lecker. Jum, 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 jum. Scheiße. Oh, ich muss mich heilen. Okay. Dann nehme ich mal wieder Illumi. Okay. Wow. Das war ein Cut. Super. Oh Gott, das ist ein Okay. Oh, Marmor. Vielen Dank. Okay. Und da ist auch wieder ein Schalter. Gut. Ich glaube, die Schalter verursachen, dass immer so ein Sandwasserfall immer weggeht. So. Erstmal die ganzen Kobras vernichten. Ja. Ja, super. Jetzt bin ich auch noch vergiftet. Danke. Ja, super. Aua. Und sie hat wieder ein Lava. Jetzt ist sie vergiftet. Toll. Okay. Ähm, ja. Aua. Moment mal. Ich glaube, das war Wasser, ne? Ja. Ich glaube schon. Das heißt, mit anderen Worten, jetzt muss ich wieder Aquaria ausrüsten. Aua. Ja, super. Alter. Bleib mal locker. Ja, ne. Jetzt meditiere ich mal ganz schnell. So, das müsste reichen. Ey, wie soll das denn jetzt funktionieren? Diese ist nicht vor allem nicht, wie? Ich bin nicht vorall. Ich bin nicht vor allem nicht. Ich bin nicht vor allem nicht. Ich bin nicht vor allem. Ähm, ja. Aua! Scheiß Vieh, ey. Wie sollte es denn jetzt gehen? Ja, ich bin gleich tot. Ja. Ja, toll. Moment mal. Nein, ne? Oh, scheiße. Okay. Aber habe ich jetzt letztens aufgehört? Nö, dann mache ich mal lieber das hier. Okay, wir sehen uns an der gleichen Scheide nochmal gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt bin ich hier wieder. So, ich hoffe, dass ich jetzt hier weiterkomme, ey. Ach so, Elektra müssen wir hier aktivieren, nicht Frosty. Oh, voilà. Okay. Äh, Elumi. Oh Gott. Das heißt, dass jetzt eventuell ein Boss kommt. Aber nur eventuell. Ja, Tierknochen. Okay. 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 So, jetzt sind wir jetzt hier bald durch, ey. Alter, die Wüste ist groß. Alter, die Wüste ist groß. Viel zu groß. Keine Ahnung, nicht sein, ey. Ich habe so ein doofes Gefühl, dass hier ein Boss erscheint. Im Wüstengebiet. Habe ich so ein Gefühl. Na komm. Wow, Junge. Und auch größer geht das Gebiet wohl nicht, oder? Engelskreis. Super. Danke. Ja, ich weiß. Zieht nicht allzu viel ab. Aber ich muss ja die Axt trainieren, deswegen. Okay. Hier unten geht es noch weiter. Okay, gut. Oh Mann, ich will nicht mehr die Wüste sehen. Ja. Noch mehr Sand. Wow, sind hier Kisten. Aber das sind auch garantiert... Ja, Mimics. Wollte ich gerade sagen. Ja. Dann wollen wir die mal ganz schnell machen. Okay, die... Echt? Grants Eisen. Fantastisch. Eui, 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 eui. Aua. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ja, super. Scheiße. Okay, immer schön im Kreis laufen. Klappt fast immer. Ja, werde ich jetzt auch mal langsam wieder groß. Danke. Hallo. Danke. Danke. Und... Ist auch wieder eine Mimic. Fantastisch. Ja, das auch. Super. Okay, aber das ist jetzt wirklich eine echte Kiste. Okay, wieder ein Samen erhalten. Okay, danke. Ähm... Wo geht's denn jetzt hier weiter? Okay, da glaube ich. Oh, nö. Nö, 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 nö. Ah ja, unten links geht's dann weiter. Okay, gut. Boah, ey. Ist hier Treibsand, Alter. Das gibt's gar nicht, ey. Und ich hoffe, wir sind jetzt gleich durch, ey. Und wieder eine Cobra und ein Küken. Und ich mach jetzt wieder Kamehameha. Boom. Geht tot, Küken. Danke. Wow, kleine Sau. Hat sich kaum gelohnt. Und... Hier werden wohl auch Samen dran sein. Jawohl. Hatte ich im Gefühl. Deswegen. Und da ist wieder eine Höhle. Okay, ich trenne hier wieder die Axt. So. Okay. Wir müssen jetzt in die Höhle rein. Erstmal die Kiste, bevor die wieder verschwindet. Auch wenn ich jetzt eine Falle höchstwahrscheinlich wieder abkriege. Ne, doch nicht. Oh. Danke. Okay. Ich glaub, wir müssen in die Höhle jetzt rein. Wow. Das ist wirklich ein sehr großes Gebiet. Okay. Ja, Amanda. Es wäre sehr vorteilhaft, wenn du mir ein bisschen helfen würdest. Ja. Boah, die Schlangen, die ringen mich auf, ey. So. Alter Schwede, ey. So. So. Und dann hier rüber. Wieder die Axt ausrüsten. Nein. Die Axt sagte ich. Nicht die Ziche. Da. Genau. Oh ja. Und da ist wieder ein Schalter. Natürlich. Ne Mimik. Na, dann wollen wir dich mal auch mal schnell platt machen. Wow. 70 Schalen. Wow. 80. Ja. Übertreib halt. So. Und irgendwo ist garantiert wieder ein Sandwasserfall wieder verschwunden. Mit Sicherheit. Och. Ne. Ja. Super. Jetzt bin ich wieder vergiftet. Boah. Ja, ich weiß. Ich soll mich heilen. So. Das musste sein. Hm. Irgendwo. Geht's wieder weiter. Bloß ich weiß jetzt wieder nicht wo genau. Ach ja. Corona 2. Super. Ne. Ich weiß nicht wo. Achso. Da ist noch. Eine Kiste. Okay. Oh, eine Bolte drüber. Fantastisch. Boah. Schon wieder Wache wechseln, ey. Also langsam, aber sicher nervt das es mich. Wo geht's denn jetzt wieder weiter. Ich glaube, ich weiß schon wo. Hier oben rechts wahrscheinlich. Nicht. Nö, doch nicht. Ach ne. Ich glaube, da ist jetzt. Genau. Ich glaube, da können wir jetzt weiter. Ja, als hat er Zeit. Super. Oh, Zweck ist. Ah ja. Und ne Statue wieder. Schokolade. Okay. Das heißt, jetzt kommt gar nicht jetzt gleich ein Boss wieder. Amor. Danke. Oh ja. Aber erstmal wieder heilen. Ja. Und speichern. Ganz dringend. Oh ja. Okay. Und Bosszeit? Wow. Hallo Medusa. Oh. Stopp. Medusa. Bitte Medusa. Verwandle meinen Bruder wieder in einen Mansion zurück. Das wird sie garantiert nicht machen. Der Sand steht plötzlich still. Und dieses Stundenglas. Amanda, warte. Irgendwas stimmt mit diesem Raum nicht. Ich flehe dich an. Lester ist die einzige Familie, die ich habe. Was ist das für eine Laute? Nimm mir Lester nicht weg. Verwandle ihn zurück. Aufhören. Steht mir nicht meine Zeit. Steht mir nicht meine Erinnerung. Und sie wird Arkuk. Hallo. Was machst du denn jetzt? Ja. Toll. Amanda. Steht mir nicht die Erinnerung an meine Familie. Nehmt mir nicht Grants und meine Kinder weg. Lord Grants? Medusa? Was zum... Ja, super. Medusa ist jetzt der Boss. Geil. Ne, ich muss die Axt trainieren. Madame Medusa ist jetzt unser Feind. Und unser Boss. Super. Ja. Oh, scheiße. Mach die Scharnel. Oh, scheiße. Ja. Beschwer halt deine Schlangen. Boah. Die halten was aus. Wow. Hallo. Scheiße. Ich kann nichts machen. Guck nicht zu böse, ey. Hallo. Danke. Okay. Warum kann ich... Oh, scheiße. Warum kann ich sie jetzt nicht mehr angreifen? Doch, jetzt. Oh, ich konzentriere mich nur auf den Kopf jetzt, ey. Na, hat die... Oh, scheiße. Boah, okay. Die ist gefährlich. Die ist gefährlich, ey. Ja, super. Der Strahl, der darf uns nicht kriegen. Okay, nee. Ich glaube, ich nehme doch wieder die Klaue. Die hat ein bisschen mehr Schein an Medusa, als er abreicht. Okay. Es war mal. Nein. Und schon wieder an meiner getroffen. Oh, Gott sei Dank. Wow. Die war schon ein bisschen gefährlich jetzt in Medusa. Und das war sie. René. Ist sie. Schnell. Tina, du musst dir helfen. Die wollte uns töten, aber auch egal. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.